Hallo, ich bin Möch und ich bin Flecki. Heute machen wir gemeinsam Hoppelstunde. Das wird lustig. Jiffi, endlich geht's raus! Was gibt's da denn Schönes? Ich hab Hunger. Manchmal geh ich auch ins Kernenzimmer, aber da ist es immer so schlecht eingerichtet. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. ARD Text im Auftrag von Funk